was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute in ls19 auf der nordrischen marsch zusammen mit dem mac manos hallo und dem lu team den dommel den josh den philipp und den floh täglich eine stunde ja genau der dom ist da und heute formellu die boy group dommel philipp joe und floh war ja klar so jetzt ab ins weltchen hier du kleine maus wer was mit mir nein die dose ist nach schon mehr bis uns verarschen alter ja ja der gleiche aufgemacht ich kann euch ich kann euch ein schluck von meinem ingwertee abgeben wir haben ihr wollt er will die deuren körper ein bisschen giften ihr schlapper ihr schlapp schwänzer so was wollte ich sagen hier er schweizer weiß ja immer da sind der vier kreise schwader wir wollten den vier kreise schwader gerne mal testen ja da kommt der ist unterwegs der rest unterwegs ein bisschen schon seit 15 minuten abkoppeln ich nehme direkt an mit meinen schönen deutscher ich sehe die 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 drescher arbeiten hier sind abgebrochen worden sollten eigentlich weiterlaufen die drescher arbeiten auf der feld 5 ja läuft auch läuft auch läuft auch ja aber ich sehe gerade die molde ist voll kontrolle wird bei ihnen groß geschrieben da wird man immer kontrolliert ja natürlich also da liegt man auch großen wert drauf das muss man ganz klar mal sagen wir bräuchten noch ein bisschen geld ist in der zeit sehr arm dran wieso ja wir können nicht mal das zu essen kaufen die haben so wenig geld sie haben so wenig geld dass sie was zu essen kaufen müssen nicht können ja und da kommen sie zu dem ärmsten bauernhof hier auf ganz nordfriesland ja das gruppen auf welt 1 würde 7000 kosten ja wird man bezahlen wenn die arbeit dann vollständig abgeschlossen ist also erledigt ist erledigt wir bedachten immer den den traktor wieder zurück zum hof bringen und sauber machen und abstellen gehört mir dazu es gehört gar nicht dazu bei ihnen da muss man auch noch mal extra oh gott wir haben ja gedacht das ist ja doch wir können das gerne machen das ist kein problem das kostet einfach noch mal tausend ja was soll denn da noch mal tausend kosten das gehört ja dazu da muss ich noch mal schauen na wohin denn dann nach rechts wie sie zu fahren kommen mit ihrem traktor ja ich weiß ja nicht warum sie die ganze zeit bei uns auf dem hof rumpimmeln hier für die straße was denn da passiert schon wieder nach die synchronisation ist wieder ein traum aber vielleicht können sie ja mal uns verraten was er auf dem was er auf unserem hof machen mit ihrem tollen gerät da ja ich habe kein benzin mehr ich muss warten bis mein selbst mir ein bisschen mehr benzin oder wir können ihn für kleines geld richtig viel benzin verkaufen genau kleines geld ja wie viel kosten das gruppen das gruppen kostet wie gesagt 7000 7000 ja ja dann werden wir quitt wenn der erfolg gedankt ist genau er hat schon wieder benzin erfährt davon ja na gut dann hat das wohl nichts genützt ein 7000 für das grubbern und der rest kommt danach das sage ich besser später sonst wird hier wieder cholerisch rumgeschrauben ja was kommt dann noch eigentlich nur das fett warte mal ganz kurz da habe ich gerade mal muss ich meine überprüfung einleiten das gibt es ja nicht kriegen einfach kriegen einfach kein auftrag dings mehr haben sie haben sie große technik auf jeden fall was kostet denn ist 12 anzusehen 12 ansehen war es genau ist egal korn oder warten sie ich kann sie genau sagen 7818 euro 75 cent weizen also weizen 7800 euro genau und 75 cent bitte sehr wichtig wie viele großsaat maschine haben sie denn ein oder drei drei zwei zwei es sind nur schon manchmal so hätten sie die kapazität 2 2 arbeiten dort anziehen zu lassen das könnte schwierig werden einer geht sicher der zweite wäre einfach ich und ich bin teuer ja gut aber das feld kostet was es kostet es liegt ja nie im interesse das schnell oder langsam zu machen umso schnelles machen umso schneller gibt es kohle cash in the dash aber wenn sie mit meinem quadra und einer drei meter maschine aber nichtsdestotrotz wir würden wir würden dass ein auftrag geben welt 12 weizen machen wir sehr gerne für sie das ist sehr nett von ihnen ist ein schöner auftrag finde ich ja ja so hören wir uns später wie menschen überweise noch eben das geld 7000 richtig aber wir würden uns wirklich freuen wenn der traktor wenigstens noch an den hof verbracht werden würde ja das mache und die kleine welche bekommt ja mache das nette das nette von ihnen ja viel schaum gut dann dankeschön das mal bis dahin ach so stopp äh tatsächlich hätten wir noch einen auftrag äh und zwar müssen wir noch ein feld ansehen und zwar das feld 1 feld 1 müssen wir noch ansehen aber moment mal das feld kruppern war doch mit unseren maschinen ja wollte er uns jetzt gerade abziehen der hat uns der wollte uns hier über nuggie ziehen wieso über nein überhaupt nicht sie wollten uns über nuggie ziehen nein aber hundert nein wieso aber hundert sie haben das mit unserer maschine gemacht und wollten sie uns hier 7000 abknöpfen und außerdem haben sie gesagt sie machen uns noch ein gutes angebot weil das der leerling macht also gruppen und das außerdem gruppen 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 könntest du das immer sagen aus der nummer kommt so leicht nicht wieder raus feld 1 wenn sieben tausend kostet genau ähm der fixpreis für feld 27 ja ja da ist ein fehler unterlaufen ja da ist ein fehler unterlaufen ja ja da ist ein fehler unterlaufen ja da ist ein fehler unterlaufen ach das ist ein ding ja da sagen sie vorhin noch sie kontrollieren immer alles ja warum ja ich hatte zu viel stress das ist ja unglaublich ja absolut unglaublich ja es ist klar dass sie uns versuchen so abzuziehen hier ja das war nicht geplant wenn es geplant wäre wäre es besser aufgegangen unglaublich ja dann setzen sagen sie dem lehrling mal er hat heute frei ach du grüne leute also auch kämpfer lassen wir auf die leute nein ähm dann sagen sie einfach mal äh dann wird man mal noch ein was in auftrag geben und zwar fällt 5 och da muss ja auch noch kalk drauf fällt 15 dünnen der traktor mit dem dünger steht komplett fertig am feld also muss nur eingestiegen werden muss nur eingestiegen werden düngen oder kalken düngen ich fahre den traktor jetzt selber auch zurück mit dem grubber ja 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 weil wir den nämlich auch mal brauchen dann so langsam das haben wir auch erwartet ja es kostet auch langsam es kostet auch langsam miete wenn sie noch länger abhängen also ich habe ihnen jetzt 7000 überwiesen schon übrigens ja endlich ja es war halt zu viel ne also ähm 12 ist weizen 1 ist weizen und 15 ist düngen 1 ist weizen haben sie gesagt wann denn das vorher ja die 12 ist weizen und 1 ansehen haben wir gar nicht gesprochen ach doch haben wir doch haben wir moment ähm moment zeit ist geld ja chillen moment soja bohnen gut das machen wir gerne also bis später dankeschön und nicht vergessen zu dünnen auf feld 15 das steht schon fertig da ist maschinchen ja danke sehr unglaublich habe ich wenig sagen aber was ist jetzt mit den 7000 hat auch noch wir werden uns hier verarschen wir werden uns hier verarschen die schweizer will uns hier abziehen alter dann holen wir nochmal warte oh ja gut das gibt es ja gar nicht das ist der clue ist das warte mal das müsste die hier sein also ich finde die symbole echt schrecklich muss ich sagen mit dem die neuen so weizen haben wir schon wieder eine neue version raus ne ja mit bug fixes und so ein paar sachen wurden gefixt aber deswegen eine neue version irgendwas schwebt nicht mehr in der luft ich glaube der kommt nicht mehr ich merke das schon hier so der ender steht auch wenn wir hier kurz mal rein klotzen eigentlich war noch ein gewicht von der dauerne das war das noch alles nichts ne was haben wir gesagt soja wohnen wollen wir ne ja so da werde ich einfach mal mit unterstützen hier bei der ansaat umso weniger geht kostet uns der ganze schmarrn nämlich ja oder was meinst du also ich glaube das ist ja pauschalpreis nach hektar ne hast du auch wieder recht das ist der eigentlich stimmt er müsste hin müsse gedüngt müsse gekalkt werden müsste gedüngt werden es müsste gekalkt werden unangesehen die fälle sind einfach so riesig und so richtige massefelder sind das wenn wir jetzt nochmal rufen oder ja ja oh der traktor hat aber auch schon mies 50 prozent leckere mars das ist wie so eine firma die auf einmal spuren das verschwindet und nicht mehr auftaucht weißt du ja geld kassiert weg die sache insolvenz ja ja herr schweizer wir wollten jetzt trotzdem gerne mal wissen was mit den 7000 ist ähm machen die kurz das war fürs grubbern genau ähm dann zahlen sie jetzt einfach 3000 fürs düngen und dann passt das wie viel? 2000 aber das ist da auch mit unseren maschinen der wird jetzt hier komplett übernogen der wird jetzt hier komplett übernogen der wird jetzt hier komplett übernogen Geld kostet es trotzdem ne da haben wir noch 2000 ja sonst wäre das teurer einfach so zu rennen wenn wir das mit unseren eigenen sachen machen ja was kostet das feld mit unseren maschinen das komplette feld düngen mit unseren maschinen das will ich jetzt mal wissen ja das problem ist feld 27 ist im system noch nicht aufgeführt feld 15 15 15 aha 15 sind wir noch dran feld 15 mit ihren maschinen kostet 7237 düngen ja und ohne unsere maschinen warte kurz der ist dann ein fehler im system kann ich mir nicht vorstellen 7000 ja da muss ein fehler im system sein klar das haut er nicht hin aber wenn wir unsere maschine nehmen dann zahlen wir doch nur den stundenlohn für den arbeiter ja stimmt wissen sie wie ich mein ja aber dann können sie noch gar nicht wissen was es kostet ja stimmt dann wäre das grober ein bisschen billiger gewesen das grober wäre nämlich nur 466 gewesen da drauf wollte ich hinaus genau ja könnt ihr mir der 6,5 wieder zurück überweisen bitte die 34 sind die 34 sind sind für ihr sprit ja für den versuchen dass es fast geklappt hat wissen sie wie ich mein warte Geld hätten ja gut gebraucht können ja deswegen lassen wir sie ja mit ihrem maschinenfeld 12 ansehen da können sie ja dann voll abkassieren richtig gut Feld 15 könnte sich der arbeiter ich habe die sämaschine hingestellt also das düngen mache ich gerade selber bin ich gerade selber losgefahren der soll einfach in die sämaschine einsteigen und soll soja bündchen ansehen feld 15 feld 15 ok gut na ja und dann wissen sie was das düngen lassen wird einfach weg dann stimmt es wieder aber es düngt doch gar keiner aber Feld 27 wurde gedüngt mit ihren maschinen ja achso ok und dann passt es wieder ok dann glaubt man das einfach mal ja glauben sollte man in der kirche auch nicht hier ja gut dann für sie gut mein lieben Freunde wenn es euch gefallen hat das Töpfchen nicht vergessen schaut zur nächsten Folge vorbei wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal war laut dran tschüss